Der Saal ist voll gefüllt, alle sind gespannt. Es geht um das Thema Umlaute. Wir sehen auf der Folie, da fehlen irgendwie einige. Und jetzt sind wir an der Stelle ganz gespannt, was Martin uns erzählen wird, wie das mit den Umlauten überhaupt funktioniert. Bitteschön. Ich würde ganz gerne wissen, wie groß ist heute die Betroffenengruppe? Also, wer hat einen Umlaut im Vorder-Nachnamen? Wer hat auf seinem Rechner schon mal einen Umlaut nicht gesehen, der hätte sein sollen? Oh ja. Wer fühlt sich als Anfänger? Weil das ist ja eigentlich ein Einsteiger-Vortrag. Ja, sehr gut. Wenn ihr Maßstab seid für Anfänger, prima. Ich mache das zweiteilig. In einer halben Stunde klingelt die Eieruhr. Bis dahin möchte ich euch möglichst mit Fakten, Fakten, Fakten zugeworfen haben. Und dann haben wir hoffentlich noch ein bisschen Restzeit, wenn ich nicht zu viel überziehe über diese halbe Stunde, dass wir miteinander sprechen können. Ansonsten gilt aber, unterbrecht mich, wann immer ihr lustig seid. Eigener Kontoauszug von der eigenen Firma, wo ich herkomme. Wir sind die Grippner Datensysteme in Braunschweig. Eine kleine Klitsche mit 14 Leuten. Hat das offensichtlich nicht so richtig im Griff mit den Umlauten. Aber auch so die Profis, wie die Deutsche Bahn AG, verflippert sich bei einer komplizierten Stadt wie Göttingen gerne. Und das Problem dabei ist... Upsala. Das Problem dabei ist eigentlich, dass die Leute schon sehr, sehr ordentlich ihren Umlaut irgendwo mal reingehämmert haben. Das sah für sie schick aus. Aber irgendwo geht dann dieser Umlaut auf obskure Wege. Und wenn er endlich dort ist, wo er ankommt, dann ist er das einfach nicht mehr. Er ist zwischendurch so ein bisschen entgleist, weil es vielleicht mit unterschiedlichen Spurbreiten gearbeitet wird. Oder wie wir das eben in der IT-Szene sagen, mit unterschiedlichen Bitbreiten. Und wenn wir mal zurückgehen, so ins 19. Jahrhundert, dann haben wir ein wunderschönes Beispiel für eine Bitbreite von 5 Bits. Nämlich 5 Löcher, die man nebeneinander auf einen Lochstreifen hämmern kann. Oder 5 Tasten, die man gleichzeitig runterdrücken kann, um Nachrichten zu kodieren. Und der Herr Baudot, ein Franzose, der hat sich das eben im 19. Jahrhundert überlegt, wie man denn Nachrichten so rübergekriegt. Jetzt kommt die Quizfrage an euch alle hier. 5 Bits, wie viele Zeichen kann ich damit kodieren? 32 höre ich, das ist ganz richtig gedacht. Und jetzt hat aber das Alphabet, wie viele Buchstaben? Knapp 30. Also das ist irgendwie mit diesen, meine 32 verschiedenen Codes, die ich habe, die sind damit schon ganz schön gut ausgebucht. Und wenn ich dann zusätzlich zu diesen 26, 27 Buchstaben noch 10 Ziffern zum Beispiel unterbringen möchte, dann wäre ich ja schon bei 36, 37, ja, da knallt mir ja schon der Karton, das läuft über. Und da hat der Baudot auch schon was erfunden, nämlich der hat einen speziellen Code reserviert. Der hat gesagt, normalerweise bedeuten meine ganzen Lochmuster die Buchstaben, aber in dem Moment, wo ich Loch, Loch, kein Loch, Loch, Loch eingebe, da schalte ich um auf, hier oben da steht Figures, auf Zahlen. Und dann gilt plötzlich die Bedeutung hier unten. Ein paar Sonderzeichen, ein paar Ziffern, eine Klingel, die am anderen Ende rauskommt beim Empfänger. Und wenn ich wieder zurückschalten möchte auf Buchstaben, dann gebe ich 5 Löcher ein. Und dann bin ich wieder bei Letters. Hier unten haben wir so eine passige Tastatur von so einem alten Telegrafen, Drucker, Fernschreiber. Da sieht man, die kommen mit deutlich weniger Tasten als die heutige Multimedia-Tastatur aus. Man hat hier seine Umschalttaste auf Figures und hier seine Rückschalttaste auf Letters. Und das ist zumindest die Space-Taste. Die Technik hat sich weiterentwickelt. Man konnte sich zusätzliche Bits leisten. Aber man hat irgendwann mal angefangen, in den 50ern ganz extravagant 6 Bits zu nehmen. Dann konnte man sich das schenken mit dem Umschalten und hat schon die Buchstaben und die Ziffern zusammen untergebracht. Hat dann aufgerüstet in den 70ern auf 7-Bit. Konnte damit 180 Zeichen irgendwie verbuchen und sich erstmalig den Luxus leisten. Großbuchstaben und Kleinbuchstaben gleichzeitig. Und das ist auch die Ära, die für uns recht wichtig ist, weil Unix, Linux ist da groß geworden. Und ein klassisches altes Unix-System arbeitet genau damit. Und alle späteren Codes, die sich entwickelt haben, die funktionieren auch nach wie vor so, dass sie sagen, die kleinen Codepunkte, die sind immer noch deckungsgleich mit diesem ASCII-Standard. Wenn ihr nicht wisst, wie der funktioniert, der ASCII-Standard, welches Zeichen auf welcher Codeposition sitzt, was hilft euch da weiter? Genau, Man-ASCII. Nicht die Google, sondern ein alter Klassiker. Ist in Kapitel 7 untergebracht, wo alles Tabellenmaterial untergebracht ist. Bisschen vorgeblubber und dann die lange Liste, wo ihr an der Position 0 einmal Oktal, Dezimal und Taximal angegeben, das erste Zeichen drauf hat, was hier so ein Steuerzeichen ist. 0 und dann kommen hier am Anfang sowieso erstmal sowas wie 32 Steuerzeichen. Blub, blub, blub. Bei diesen Steuerzeichen dabei natürlich immer noch eine Klingel, ja. Also man kann sich einfach nicht von dieser Fernschreiber-Technologie trennen. Und nach wie vor zwei Codes, Shift-Out, Shift-In, um von der ASCII-Bedeutung auf irgendeine andere Bedeutung zu wechseln und wieder zurück. Ja, so haben auch damals die Leute, denen diese 128 Zeichen nicht ausgereicht hatten, sondern die noch Extrazeichen haben wollten, zum Beispiel um Linien zu malen oder um Umlaute zu haben, rüber mutiert in den anderen Codeset und wieder zurück mutiert. Wie Herr Bardot, 1870, also Steuerzeichen und dann endlich mal, hoppsala, rückgeblättert, druckbare Zeichen. Total praktisch, die Ziffern aufsteigend hintereinander weg. Und genauso, das habt ihr jetzt nicht gesehen, in der rechten Hälfte die höheren Codes, da waren die Buchstaben. Und das hört auf, am Ende eben mit dem Code Dezimal 127, das ist eben der 128. Das ist ein Delete-Charakter, das hier der Bildschirm gerade ein bisschen zu schmal. DEL steht da. Und hier mal alles in einer Tabelle, was es so an druckbaren Zeichen gibt, falls ihr euch dafür interessiert. Als Anfänger, normale Endbenutzer, ihr müsst das nicht täglich angucken, ja. Nur wenn ihr total neugierig seid. So, dann kommen die 80er Jahre, PC-Revolution. Alle möglichen Hersteller haben gesagt, wir machen jetzt auch kommerzielle Software. Und das Volk möchte seinen Vornamen und seinen Nachnamen in echt sehen können. Nicht durch so ein doofes AE oder eine Lücke wie auf dem Kontoauszug. Und IBM, Apple, Digital Equipment, alle haben sie ihre eigenen Suppen gekocht, mehrfach. Dann ab Mitte der 80er wurde jede Menge standardisiert. Die International Standards Organization hat eine ganze Serie von Standards rausgebracht. Für lauter unterschiedliche Codierungen, die mit 8-Bit arbeiten. Und das ist die Folge von, die alle durchnummeriert sind, mit 88, 59. Die gibt es heutzutage von bis 1 bis 16. Und für die Tabelle 88, 99, 1, da versammelt sich alles an Zeichen drin, was für westeuropäische Länder in Gebrauch ist. Deutschland, Frankreich, Italien, bisschen drumherum. Dann gibt es eine eigene Tabelle für die skandinavischen Länder. Norwegen, Schweden, Dänemark. Etwas für Südosteuropa. Etwas für die Türkei alleine. Etwas für Russland und die Gegend. Wie gesagt, 16 Tabellen. Mit viel Tatütata ist eingeführt worden die Variante Strich 15. Auch bekannt als Isolettin 9. Nicht 15. Isolettin 9 ist 88, 49, 15. Das ist nämlich verdammt ähnlich zu Isolettin 1, da der Strich 1 hat aber ein Eurosymbol drin. Dafür mussten ein paar andere Zeichen sterben. Wem diese ganzen 8-Bit-Codierungstabellen überhaupt nicht geholfen waren, das waren die Völker, in deren Sprachen es ein bisschen mehr Zeichen gibt. Sowas wie die Chinesen und Japaner, die irgendwie, also für eine gesittete Unterhaltung wollen die schon gerne mal Minimum 2000 Zeichen haben. Ist ein bisschen mehr, als man in diese 8-Bit-Reihen schieben kann. Deswegen haben die sehr oft Codes gehabt, die 16-Bit-Breit sind. Da passen eine Menge Zeichen rein, nicht nur ihre eigenen, die dann so den, sagen wir mal, 20.000 brauchen, für ein richtig ausgedehntes, reichhaltiges Wörterbuch, nur für die Bild-Zeitung. Etwas, was nicht großartig Einsatz gefunden hat, hier so in dieser Region. Also hier hat man sich in der Regel begnügt mit entweder ASCII, 7-Bit, oder Isolette in 1, Isolette in 9, oder eben dem Spezialzeichensatz, den man in der Hersteller verpasst hat, also Apple zum Beispiel. Der aber eben anders ist, weil den Apple-Leuten war wichtig, dass in der Typografie alle möglichen Varianten von Gänsehäkchen irgendwie verfügbar sind. Und den Microsoft-Leuten war vielleicht unheimlich wichtig, dass sowas wie ein Trademark-Zeichen und ein Copyright dabei ist. Da muss man gewaltig auch heute noch gucken, was wird einem vor die Fresse geworfen. Die große Lösung soll so eine eierlegende Wollmilchsau bringen, die heißt Unicode oder Universal Character Set. Da will man Schluss machen mit dem Leidigen hin- und herschalten. Die wollen alle Zeichen, die auf dieser Welt irgendwie in Gebrauch sind, verorten und eine schöne lange Liste haben. Und die haben Ende der 80er losgelegt und 1990 rum in ihrer ersten Version noch die Idee gehabt, irgendwie, wir kommen auch mit 16-Bit hin, da kriegen wir alles runter. Und irgendwann haben die Chinesen aber gesagt, ach nee, schmiert euch das mal in die Haare, das reicht nicht. Dann haben die in ihrer Version 2 gesagt, na gut, das soll uns aber nie wieder passieren. Wir rüsten auf auf 31-Bits. Das sind eine Milliarde-Code-Positionen. Und dann haben sich aber wieder die Implementierer und Entwickler zurückgemeldet, oh, da brauchen wir aber so lange Tabellen, irgendwie, wenn wir die Implementierung einfach halten wollen, das passt ja gar nicht mehr in den Speicher rein, bitte fahrt wieder irgendwie auf ein gesundes Level zurück. Und die Unicode-Leute haben dann irgendwann versprochen, ja, 21-Bits werden uns auf ewig ausreichen. Die Unicode-Leute machen eine Sache ganz klar, sie sind nicht eingefroren, sie sind nicht ein Standard für die Ewigkeit, sondern sie geben regelmäßig Updates raus. Das ist einfach eine natürliche Sache des Lebens, dass irgendwann mal neue Völker entstehen, neue Währungen eingeführt werden, wieder Euro, sowas, ja. Und das ist im Plan bei Unicode, dass man darauf vorbereitet ist und dass es Updates geben wird. Das ist deutlich schwammiger als ISO 8859.1, was ewig fest und simpel ist. Da müsst ihr also aufpassen, Unicode hat viele Fallstricke, aber dafür bräuchte ich nicht mehr eine Extra-Stunde, sondern eher eine Extra-Woche. Werden jetzt ein bisschen praktisch. Es klappt nicht immer, dass die Zeichen richtig ankommen am Ende. Und dass ihr eine Datei erhaltet, die bei euch nicht richtig aussieht. Und jetzt natürlich die entscheidende Frage, wer ist schuld? Der Absender irgendwie, hat der einen verkorksten Rechner? Oder habt ihr einen verkorksten Rechner? Das Erste, was ihr klären müsst, ist erstmal für euch selber, bin ich richtig eingestellt? Und dann könnt ihr Aussagen über andere Leute machen. So, und das regelt ihr am besten dadurch, dass ihr euch gute kleine Testdateien macht und austestet, anguckt, wie ist alles bei euch eingestellt, was geht, was geht nicht. Und ihr könnt jetzt als Testdatei diese wundervollen Man-Pages nehmen, sowas wie Man-Latin-1. Da habt ihr ja haufenweise putzige Zeichen drin. Aber jetzt für diese Vorführung sind die ein bisschen unhandlich, diese langen Man-Pages. Deswegen habe ich mal ein paar kleinere Dateien mit Umlauten vorbereitet. Nicht mal 100 Bytes drin. Und in allen steht eigentlich derselbe Inhalt drin, nur unterschiedlich kodiert. Und gucken wir uns mal an, was hier funktioniert und was nicht funktioniert. Wie viele von den Vieren kommen durch? Eine einzige. Die, die hier den Suffix hat, U8, das ist eine UTF-8-Kodierung. Das ist tatsächlich eine Unicode-Kodierung, wo aber nicht für jedes einzelne Zeichen jetzt 31 Bits spendiert sind, sondern unterschiedlich viele, je nachdem, wie groß der Code ist, in dem das gewünschte Zeichen liegt. Die spannende Aufgabe ist immer, wie kriegt man raus, was nun wirklich in der Datei drin ist. Welche Bytes sind da drin? Und dafür möchte ich euch ein kleines, uraltes Unix-Programm ans Herz legen. Das ist der Octal-Dumper, mit dem man sich die einzelnen Zeichen weitweise anzeigen lassen kann. Und jetzt sehen wir schön das simple Ascii-Zeichen A, das simple Ascii-Zeichen E, das simple Doppelpunkt. Und hier ist man in Unicode. Das sind zwei Byte mit einem gesetzten achten Bit. Und falls ihr euch was Dauerhaftes für die Zukunft merken wollt, UTF-8, die Codierung, die funktioniert immer so, wenn irgendetwas in den legendären, wohlbewährten, alten Ascii-Bereich fällt, dann wird das einfach so genommen, wie es ist. Der Ascii-Code. Das Byte dazu. Sieben Bit eigentlich nur in acht. Alle anderen Sachen werden durch unterschiedlich lange Sequenzen definiert. Das erste Zeichen hat vorne immer mindestens zwei gesetzte Bits. Deswegen taucht da immer Octal so eine 3 auf hier vorne. Und die anderen haben vorne immer genau ein Bit gesetzt. Das zweite Bit nicht gesetzt. Deswegen Octal vorne immer so eine 2. Das sind alle nachfolgende Zeichen. Man sieht, ein L ist durch zwei Byte kodiert, ein Ö ist durch zwei Byte kodiert. Genauso Ü, SZ, großes L, Ö, Ü. Der Euro allerdings, der hat 1, 2, und hier nochmal ein drittes Zeichen. Das ist eine 3-Byte-Folge. Das geht bei UTF-8, also munter hin und her. Schön chaotisch, aber der Riesenvorteil ist, dass original einfache ASCII-Dateien, und wir leben ja alle in einer vorzugsweise Unix-Welt, unverändert übernommen werden können. Das freut uns alle natürlich. Die anderen Varianten, die wir haben, sowas wie ISO-Lattin-9. Also das Ding 8-Bit mit dem Euro, sieht dann so aus. Man erkennt deutlich, nur ein Charakter mit einem gesetzten 8-Bit für das Ö und so weiter, und der Euro hat auch nur ein Byte. Diese einzelnen Bytes machen aber in der Unicode-Umgebung keinen Sinn, deswegen, wenn ich das einfach ausgebe, diese Datei, dann kriege ich dort diese Fragezeichen-Kuller ausgegeben, womit das Terminal eigentlich sagt, dieses hier war keine gültige UTF-8-Sequenz. Ja, diese Folie haben wir durch. Wenn wir also was Kaputtes auf dem Schirm haben, wie gehen wir damit um? Wie eben, wir gucken uns wirklich an, was ist es? Sehen irgendwie was wie, ja, hier ein Byte pro Zeichen, irgendwie wird wohl Latin 9 sein, oder vielleicht auch Latin 1, mal gucken. Und dann gibt es ein wunderbares Programm, mit dem man zwischen Zeichensätzen, also zwischen Codierung hin und her wandeln kann. Und da schimpft sich e-conf. Da kann ich sagen, ich möchte von dem Code Latin 9 zum Code UTF-8 kodieren. was in dieser Datei drin ist. Und schon habe ich das für mein Terminal, was ja Unicode UTF-8 gerecht ist, wie wir vorher schon mal festgestellt haben. Das klappt ganz prima. Und dieses Programm e-conf-i-conf gehört zum POSIX-Standard, das heißt, das kann man praktisch überall finden. Und das kann eine ganze Menge mit e-conf minus L sieht man die ganzen Namen der Codierungen, die das e-conf unterstützt. Das sind jede Menge alte Code-Pages, da sehen wir schon Namen für hier 88, 59 irgendwas mit so einer Underscore-Schreibweise. Code-Pages, bla 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 bla. Da ist jede Menge Holz dabei. Ich kann mir die Namen, die das Icon versteht, nicht merken. Deswegen muss ich mir immer diese Liste angucken hier. Nochmal wieder dieselben Code-Tabellen unter einer anderen Schreibweise. Und ich bin sehr glücklich dafür, dass ich einfach sowas sagen kann, wie Latin minus 9 oder auch einfach Latin 9 ohne das Minus und Latin 1 oder auch einfach nur L1 sogar. Das ist alles da. Icon Wenn ihr was wieder heile machen müsst, die Waffe eurer Wahl. Wie kann man denn an einer Datei, an fremden Daten erkennen, was es eigentlich ist? Man kann es eben tatsächlich nur versuchen zu erraten, ja, über solche Randbedingungen, die man schlichtweg weiß, nämlich sowas wie wird da ein Byte für einen Umlaut verwendet oder eine 2-Byte-Folge. Das ist eine wesentliche Heuristik, die euch für diese gebräuchlichen Sätze auch großartig weiterhilft. Schlimmerweise ist sowas auch eingebaut, zum Beispiel in den WIM. Der WIM versucht sehr massiv automatisch zu erkennen, was für eine Codierung ist hier in diesem Text verwendet, macht dann eine total rasante Sache, sage ich jetzt mal möglichst neutral. Er weiß auch von einer anderen Quelle her, auf die kommen wir gleich, was ihr eigentlich verwendet auf eurem Terminal. Konvertiert das hin, lässt euch das super bequem ideieren und wenn ihr sagt abspeichern und rauslassen, dann konvertiert ihr das auch wieder zurück, wenn alle Einstellungen richtig sind. Wenn sich da jemand verflippert hat, dann ist das vielleicht nur die eine Richtung, aber ihr speichert es dann ab in dem, was ihr verwendet und euer Teamkollege spricht die nächsten zwei Wochen nicht mehr mit euch. Also, das Thema jetzt für die nächsten paar Minuten, woher wissen die Programme eigentlich, wie sie sich verhalten sollen, was sie tun sollen. Man hat als Aufhänger genommen, die 80er Jahre, wo auch die ersten Hersteller von kommerzieller Anwendungssoftware das Bedürfnis hatten mit, meine Kunden, meine Benutzer werden nur glücklich, wenn sie in ihrer Landessprache arbeiten können, mit ihren Zeichen, die sie brauchen, wenn die Meldungen der Programme in der Sprache rauskommen, die sie verstehen können. Verschiedene Unix Hersteller haben gesagt, der Benutzer soll einfach eine Environment Variable setzen, wo er reinschreibt, ich bin DE oder ich bin UK oder US oder FR und schon zack, da gucken alle Programme nach und verhalten sich entsprechend, liefern die richtigen Meldungen und so was alles. Das muss ich mal kurz zwischenfragen hier im Einsteiger Forum, wer weiß alles nicht, was eine Environment Variable ist? Super! Und es gab Hersteller, die haben gesagt, wir nehmen dafür die Variable lang und andere Hersteller haben die Variable Language genommen für den Verwendungszweck und als die Leute die verschiedenen Unix Varianten durch den POSIX Standard wieder unter einen Hut gebracht haben, da haben sich die POSIX Standard Leute dazu durchgerungen und gesagt, ist uns egal, wir achten auf beides und nehmen das als Default mit, wie sollen Programme mit mir sprechen. Jetzt gucken wir mal, wie mein Environment aussieht. Konkret hier, welche Variablen fangen hier mit einem großen L an. Ich habe aktuell gesetzt meine Language auf so einen komischen String Englisch in der Geschmacksrichtung US-Amerikanisch mit einer Codierung UTF-8. Das ist der Name dann jetzt für eine Zusammenstellung von Eigenschaften, die mir mein kulturelles Zuhause definieren. Da wird zum Beispiel sage ich damit, ich hätte ganz gerne irgendwie alle Fehlermeldungen in Englisch, alle Man-Pages in Englisch, ich hätte ganz gerne, dass die Programme UTF-8 als Code erzeugen. Das wird davon alles abgeleitet und dieses Bündel an Eigenschaften läuft unter dem Schlagwort Locale. Es gibt ein Kommando Locale, mit dem man sich angucken kann, wie denn aktuell auch die Locale Details definiert sind. Da finde ich nochmal wieder, es gibt die Environment Variable lang, die es gesetzt, Language ist bei mir undefiniert, es ist LCO undefiniert und die ganzen entscheidenden Locale Kategorien erben dann die Einstellung von Dollar Lang, sind also auch auf BNUS UTF 8 gesetzt und da gibt es insbesondere folgende Teilnehmer, ganz wichtig, mit welchem Charaktertype oder mit welcher Codierung arbeite ich? Wie sollen Fließkommazahlen generell ausgegeben werden? Für Geldbeträge kann ich eine besondere Ausgabe Variante wünschen. Das sind solche Sachen, wie möchte ich zwischen den tausender Stellen noch irgendwie Punkte oder Kommas dazwischen gemogelt kriegen? Arbeite ich mit einem Fließkomma oder Fließkommapunkt? Lässt sich alles für jeden kulturellen Raum zusammenschrauben? Messages möchte ich ganz gerne Fehlermeldungen, Man-Pages auf Englisch sehen oder auf was anderem? Und das ist eigentlich so der klassische Satz, wie möchte ich ein Datum ausgegeben kriegen, wie möchte ich meine Zeichen sortiert haben? Aha! Auf meinem System habe ich tatsächlich nicht nur diese eine Locale ich bin ein Ami installiert, sondern ich habe mehrere installiert. Wenn ich möchte, dann kann ich auch sagen, nicht ich bin ein Berliner, sondern ich bin ein Wiener. Du bist da, sehr brav. Ja, hallo Graz. Also ich lasse mir jetzt mal den Jahreskalender für ausgeben und nur für dieses, nur für den Aufruf dieses Kommandos setze ich meine Variable lang mal um, hinterher ist die wieder wie vor gehabt, da kriege ich jetzt einen wunderbaren Kalender mit. Es gibt Leute, die legen immer den Finger in die Wunde. Bei den Österreichern, ja, da heißt das eben nicht Januar, sondern Jönner. Ne, tatsächlich nochmal Locale minus A, anders als bei den Locale-Bezeichnungen, die da sowas wie dieses hier im Namen haben oder dieses hier im Namen haben, wo man hier so eine Codierung schon schwer erraten kann, ist hier nichts dabei und offensichtlich ist bei diesem Locale-Paket die Codierung nicht OTF-8. So, aber das kann ich ja übermotzen. Ich kann sagen, generell wie einer einer deutschen kleinen Klitsche und obwohl ich eine Präferenz habe für englische Kommando-Ausgaben und sowas, dann wieder doch andere Sondereinstellungen, die mich ein bisschen deutscher machen wieder. Also ich habe eine sehr obskure Mischung tatsächlich bei mir mit diesen Locale-Einstellungen. Die meisten, die werden einfach nur ihre Locale dollarlang im Prinzip setzen. Zack, das war's. Wenn ich sage, hier, LCall soll mal bitte schön sein DEAT und ich mache ein neues X-Term auf. Machen wir ein bisschen größer hier. Ich frage das Datum ab. Dann sehen wir an dieser Stelle auch ein schönes März und ich frage den Kalender ab. Reicht uns hier? Dann ist das alles dupi-dupi. Wohlgemerkt, es ist kein UTF-8 Charakter-Set. Als ich das X-Term aufgerufen habe, wir sehen es noch hier unten, erkennt das X-Term, ja, zu dieser Locale gehört folgender Charakter-Set, nämlich ISO 88, 59, irgendwas, weiß ich es jetzt aber auch nicht genau, einer von diesen 8-Bit-Fiechern und hat auch entsprechend sein Verhalten eingestellt, dass es eben nicht mehr Unicode-Output erwartet, sondern diesen 8-Bit-Output. Ja, und es hat auch vielleicht einen speziell passenden Font ausgesucht und sowas alles. Life is good. So läuft das. Wenn ihr eine weitere Locale brauchen solltet, dann gibt es das EPKG Configure und das Paket heißt Locales. Linux kommt in der Regel mit so einem vorbereiteten Locale-Paket an Bord schon zu euch, aber es sind nicht alle Meldungen vorkompuliert und sowas alles, das müsst ihr selber noch scharf machen, welche Locales ihr wirklich benutzen wollt. Und dann seht ihr, Locales gibt es hier rauf und runter. Irgendwann kommen wir in die Richtung DE. Was ich tatsächlich mal installiert habe, was hier ein Sternchen gekriegt hat, das hieß hier noch DEAT mit ISO Latin 1. Da sieht man es sehr deutlich. Heißt dann in der Locale-A-Liste leider ein bisschen kryptischer nur DEAT. Wenn ich lustig bin, dann würde ich einfach sagen, hey, mein Hauptterminal, die GNUM-Konsole hier, die macht der UTF-8, also bräuchte ich lieber das. Tab drücken, OK drücken, merken, dass man ich will keine Default-Locale haben. Dann wird es ein bisschen rumgerechnet. jetzt haben wir auch dieses hier auf Tasche und jetzt können wir auch sagen, das alte Kommando in dieser Locale hey, alles ist prima also das C-Type steht für Character-Type oder eben das Encoding, was wir verwenden das ist damit gemeint und für diese DEAT-Locale ist eigentlich das Encoding isolett in one jetzt wünsche ich mir aber durch diese Angabe etwas anderes speziell für das Encoding nämlich, bitteschön, ein UTF-8-Encoding es wird das Encoding genommen aus meiner ENUS-Tralala-Locale aber die einzige Eigenschaft, nur das Encoding nicht aber sowas wie, wie ist das numerische Output-Format gerade insbesondere, dass, wie werden Datum Datumer? Datums? das bringe ich nicht über meine Lippen wie werden Daten formatiert aber das wird speziell durch das LC-Type entschieden das lassen wir bitteschön bei DEAT würde ich euch je belügen das ist die letzte offizielle Pflichtfolie von mir wirklich viel Pflicht gehört zu sagen Ralf Sohntag und den ganzen Leuten, die es organisieren ich habe dieses Jahr dieses zum Thema genommen weil in den ganzen Vorjahren haben die Leute immer, wenn ich Abstract Paper eingereicht habe die haben das von mir gekriegt in Straight ASCII mit irgendwie A, E und so weiter mal aufgelöst ich mache mir keinen Kopf umlaut, Hauptsache das kommt irgendwie eindeutig lesbar an und ich bin auch zufrieden damit wenn das so abgedruckt wird in schlichtem ASCII aber jedes Jahr in den drei, vier Jahren davor haben die jetzt immer genommen den Text und schön per Hand immer da Umlaute draus gemacht und deswegen ganz besonders vielen Dank an die ganze Arbeit an den Veranstaltern hier war es Sonntag das Paper Team ganz wichtig die Kollegen bei mir zu Hause haben geholfen sowas wie Kontoauszüge zu scannen meine Buchhaltung hat erkannt das Better, Safe & Sorry nicht ganz so schön aber wir wissen um wen es geht in unserer Firma Ulrich Trepper, Bruno Heible haben die ganze Arbeit gemacht damit in Linux diese ganzen verschiedenen Codesets und Locales und E-Conf dass das alles überhaupt geht die haben das implementiert und Roman Schibauer Markus Kuhl haben auch sehr viel dokumentiert und schon Howtos gemacht Rhythmies für wie kann ich Unicode wie kann ich UTF-8 verwenden könnt ihr auch gut nachlesen das sind ja alles links die ganzen Slides gibt es auf meiner Vortrags-Webseite praktisch so gut wie hier hinten abgedruckt am Ende von dem Vortrag aber dann ist doch irgendwie die Lok unterwegs umgekippt und sie hat die Tilde vergessen vor Tilde Neitzel es gibt keinen besseren Platz für diesen Fehler als hinter diesem Abstrakt geil, wir haben noch 6 Minuten ich habe für Rückfragen auch noch also wir sind hier bei Punkt 10 durch für Rückfragen habe ich noch Anregungen fragt mich was ihr wollt wenn ich meine Local auf C setze welches Encoding liegt denn dann dahinter? gute Frage sag mal hier in die Liste Local minus A es gibt tatsächlich eine Local die heißt C und es gibt eine die heißt POSIX und der POSIX Standard sagt dass es die bitte schön immer geben muss und dass die gleichwertig sind und der POSIX Standard sagt dass die alles das enthalten was ASCII enthält Minimum in der Reihenfolge wie es bei ASCII ist ja und das ist was euch garantiert wird dabei tatsächlich ist es so dass diese C-Locale auch als praktisch das Encoding 7-Bit ASCII definiert ja wenn ich jetzt nämlich sage guck mal an dieser Stelle weil ich jetzt den Characterset straight ASCII habe kann mit dem R nichts mehr angefangen werden und ich kriege tatsächlich jetzt ein Fragezeichen und das ist ein ASCII-Fragezeichen wohlgemerkt ja da reingenutzt als Ersatzzeichen dieses I-Conf-Kommando hat eine Option womit man wenn denn der Zielzeichensatz nicht alles das enthält was man jetzt eigentlich bräuchte ja wo er mit Ersatzlösungen geben kann ja wenn wir von dem Latin 9 tatsächlich zum Beispiel auf C achso halt bei I-Conf heißt das tatsächlich ASCII nicht C umtauschen lassen dann gibt es da ein Problem und zwar recht früh schon bei Position 3 bei dem ersten und wenn ich dieses komische hinten dran hänge dann kriegen wir jetzt eine sagen wir mal 15% Annäherung finde ich nicht so prall und das FreeBSD hat schon im Jahr 2000 das Translit besser geklappt dort die machen da wirklich eine Ehe draus also für die Umlaute klappt das nicht gut für das SZ klappt das allererste Sahne und für den Euro klappt das auch allererste Sahne ich verstehe nicht warum sie das hier bei den Umlauten nicht auf Reihe gekriegt habe sende Bugfix nächste Frage ich habe einen File-Server und da wurde Mist gebaut und jetzt habe ich da Dateinamen im falschen Encoding gemischt danke schon mal ich kann dazu einen konstruktiven Vorschlag geben diese Files die haben nicht nur ein File-Name sie haben auch ein Owner der soll das wieder heile machen wer es kaputt macht macht es auch wieder heile hey direkt irgendwie die übernächste Folie nach meiner Danke-Folie ist diese Seite hier darüber sollten wir sprechen Kinder Umlaute in der Teilnahme tut es nicht genauso wie Leerzeichen schon eine große Krise sind sind aber Umlaute noch ein größeres Desaster weil übers Netzwerk kann ein und dasselbe File-System mit unterschiedlichen Optionen gemountet werden was mit den Namen eventuell zu tun hat dann wird ein Characterset-Encoding Umcodierung gemacht für Dateinamen und dann sieht das auf unterschiedlichen kleinen Stationen unterschiedlich aus hier gut da schlecht und das ist nur Chaos tut es nicht ein klasse Vortrag ein klasse Vortrag